Es handelt sich bei dem Helikopter um die gleiche Trickserei, die schon beim falschen Flugzeug benutzt wurde. Bitte beachten Sie, dass der Helikopter den perspektivisch einfachsten Flugweg nimmt, nämlich schön in einer Linie von rechts nach links, in einem 90 Grad Winkel zur Blickrichtung der Kamera. Durch diese Art der Darstellung musste das benutzte Computerprogramm nicht auch noch die Größe des Helikopters in Echtzeit neu berechnen. Konsequenterweise flogen am 11. September praktisch alle Helikopterschablonen schön brav von rechts nach links und umgekehrt. Und die Spendakulärer, Horrific, wurden auf den Telefonnummern geöffnet. Hier in der Schule, der Präsident hat eine Telefonnummern von Conneliese Arise, der National Security Advisor. Dann hat er ein Update von der Chef des Staffel, Andrew Kahr, mit ihm. Dann wurde es klar, dass der Presse mit dem Präsident mit dem Präsidenten war. Shortly bevor das Statement, er war eigentlich mit den Schildern hier in der Schule, die sie in der Schule. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da die eingefügten Helikopter, unabhängig von den Positionen der Kameras, immer von rechts nach links und umgekehrt flogen, musste es zwangsläufig zu Widersprüchen in den gefälschten Aufnahmen kommen. Hier sehen wir die Sprengung des Nordturms. Ein Helikopter ist im Sinkflug von links nach rechts unterwegs. Jetzt drehen wir die Perspektive um 90 Grad nach links, sodass der Helikopter auf uns zufliegen müsste. Wir nehmen dieses Gebäude als Orientierungshilfe. Untertitelung des ZDF, 2020 Kein Helikopter, der auf uns zukommt. Kein Helikopter, der auf uns zukommt. Dafür fliegt aber mal wieder einer Schül von rechts nach links. Die falschen Helikopter waren demnach nur weitere Ebenen, die der Bildkomposition hinzugefügt wurden. A large plane markt, also another development, perhaps related to where these planes came from. That is correct. There is now a report that the FBI is investigating a plane hijacker. A plane, and it has happened, Stan. Hold it, Mr. Jenkins, we're looking. There are two jets right now approaching the World Trade Center. We're watching. Hold on. I'm sorry, no. You hear one aircraft you splared. We can't tell whether it was a plane or a chopper from our vantage point. I apologize, Mr. Jenkins, but we're more than a bit gun shy. We're seeing aircraft off to the right side of our picture. Nicht nur die brav von einer Seite zu anderen fliegenden Hubschrauber waren gefälscht. Auch die Behauptung der Sender, die Bilder seien von Hubschraubern aus aufgenommen worden, war in vielen Fällen eine Lüge. But it was definitely the second tower that was hit, about halfway down, not quite as high. And from my view here, it does not seem to be as big, as much damage as... We're seeing aircraft off to the right side of our picture. Dies ist nicht die Aufnahme einer Kamera, die sich unter einem Hubschrauber befindet. Es ist vielmehr ein computergeneriertes Bild, in dessen Vordergrund ein Hubschraubermodell bewegt wird. Die Kamera macht nicht die kleinste Bewegung, während der Helikopter, an dem sie hängen müsste, im Bild hin und her wackelt. Die Kamera macht nicht die Böden, die sich in der Mitte der Welt verletzt. Ich kann nicht die Böden, die Basis der Böden. Da ist die Wider-Böden, die zwei Towers. Die beiden Towers haben jetzt geflogen, die in den letzten halbhäumen. Und wiederum, ich sage, wir sind totalen Macht in wissen, was passiert hier. Aber es wird, das wird, das hier nicht sein. Hier sehen wir eine echte Aufnahme einer Helikopterkamera. Der Hubschrauber schwankt ein wenig hin und her und der abgebildete Hintergrund macht natürlich jede Bewegung mit. Vergleichen Sie das mit folgender Aufnahme vom 11. September. Wir sind in der Distanz von 5 km von diesem absoluten Disaster. Können Sie den Unterschied erkennen? Können Sie den Unterschied?